ja moin sind youtube ist wieder mal euer rené von vormlok willkommen zu trickmania turbo wir machen ja immer noch unsere kacke auf selbe hier dann gehen wir mal kommi da unten fisch hier zacki zacki einmal rummi ach das ist das dreier rennen mein gut letztes mal war ich noch schneller wie es aussieht letztes mal war ich wohl auf golds tour war wo kommt denn der jetzt her nein zu weit da scheint er mich überholt zu haben naja krieg ich nicht mehr krieg ich wohl nicht mehr die alte sau ah man joker noch zwei mal gucken ob wir ihn jetzt kriegen hoffentlich hoffentlich aber gerade war mein anderer sogar schneller als ich und ich hab den online naja du hast mir auch noch mal den tipp gegeben mit dass ich nicht immer so machen muss aufgeben muss dass ich nur einfach b drücken muss was ich jetzt mit mache damit ich weil ich das erklärt habe weil ich dann sofort zurück gesetzt habe danke für noch einen weiteren tipp ah schesel das war jetzt gerade mal nicht das beste so am besten ist auch immer ideale linie fahren ist auch das a und o warum komme ich jetzt da dran mit perfekt ja und schnelle enge linien das ist glaube ich auch ziemlich nice weg habe ich da jetzt gut raus ja bis jetzt bin ich gut unterwegs das war jetzt glaube ich scheiße ich hoffe der überholt mich jetzt nicht bitte nicht wieder nicht vom ende bitte nicht oh ja da habe ich selber endlich perfekt der silber ist auch am stütz laut ja mal zur strecken auswahl fangen wir mal bei 41 an ach du scheiße wo man darf noch viel machen mama mia ja ja es ist ja was ich weiß wenn das ist ich weiß hallo geht doch was 80 kunden auch du scheuß und das ist nicht so das ist nicht so wirklich einer mit meiner lieblings karren sprung sind auch schon mal nicht gerade cool nein 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 wieder vom ziel wieder vom ziel nur dieser eine schwung habe ich den richtig mitgekriegt war eine verkackte sprung mama mia blöder verkackter sprung ja der da könnte jetzt passen passt sogar wieder eine selbe für ein paar p weiter geht's ja kann man mehr spieler deswegen getrennt das bildschirm wohl schätze ich schätze ich dass es für den zweiten spieler ist habe ich noch nie gespielt mit zwei also weiß ich nicht gar nicht nichts raten verraten weiß ich nämlich nicht da war noch ein loch so wie es aussieht haben wir nicht vom anfang angefangen weil umsonst werden die nämlich nicht gerade weit als ich ja ok das rennen ist nicht gerade schwer wo man auch so sagen ich dachte wir fangen beide noch von starten aber war wohl nix war wohl ein satz mit x da war noch ein loch zweites mal in das gleiche loch warum merke ich das eigentlich nicht alter ich dachte da wäre jetzt schluss nein 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 juhu passt wohl selber für papi ja und das war schon wieder mal der letzte mama mir da ging aber heute mal schnell aber trotzdem was heute gefahren hat drückt mir gerne das daumen nach oben lasst mir ein abo da tschüss bis zum nächsten mal euer René